Was passiert, wenn man alle Vereine aus der Bundesliga mit den Vereinen aus der dritten Liga tauschen würde? Welche aktuellen Bundesligisten schaffen den Weg zurück nach oben und wer bleibt auf der Strecke? Welche anderen Vereine können von diesem Tausch profitieren? Schafft es vielleicht sogar ein Drittligist, sich dauerhaft in der Bundesliga zu etablieren? Ich habe genau das in der realistischen Fußball-Simulation der Welt, dem Fußball-Minager 2024, ausprobiert und 50 Jahre in die Zukunft simuliert. Es gab dabei mehrere große Überraschungen. Bleibt gespannt. Durch den Abstieg aller Bundesligisten dürfen die zweiten Mannschaften von Borussia Dortmund und dem SC Freiburg nicht in der dritten Liga bleiben. Ich habe sie daher in ihre jeweiligen Regionalligen absteigen lassen. Als Ausgleich durften der TSV Steinbach und der Ruppertaler SV ebenfalls in der dritten Liga spielen und sich gegen die ganz Großen des deutschen Fußballs beweisen. Bevor wir in dieses Experiment starten, möchte ich meinen Dank an Jono Kasse aussprechen. Er macht seit einiger Zeit FM-Experimente und hat mich dazu inspiriert, diesen Kanal zu eröffnen. Wenn ihr ihn noch nicht kennt, schaut gerne auf seinem Kanal vorbei, den ich in der Beschreibung auch verlinke. Springen wir jetzt aber direkt ans Ende der ersten Saison unseres Experiments. Im Sommer 2024 wird die Meisterserie des FC Bayern in jedem Fall gebrochen. So viel ist bereits klar. In der Bundesliga geht es für die Teams nicht nur darum, Meister zu werden. Für jeden der 18 Vereine wäre die Teilnahme am internationalen Wettbewerb eine absolute Sensation. Aber nur sechs Team konnten sich diesen Traum erfüllen. Deutscher Meister 2024 wurde Jan Regensburg. Der Titel geht damit zwar nicht mehr nach München, bleibt aber doch in Bayern. In der Champions League dürfen kommende Saison außerdem der FC Ingolstadt, Dynamo Dresden und Preußen Münster antreten. Der Hallesche FC vertritt die Bundesliga in der Europa League und Erzgebirge Aue tritt in der Europa Conference League an. Den bitteren Gang in die zweite Bundesliga müssen Lübeck, Unterharing und Bielefeld antreten. Platz 13 und 17 trennten am Ende nur zwei Punkte. Ein absolutes Herzschlag-Finale im Abstiegskampf. Wenn wir jetzt in die zweite Bundesliga blicken, dann reden wir über die mutmaßlichen Top-Favoriten auf den Titelgewinn der kommenden Saison. Die Aufsteiger müssten eigentlich im Normalfall direkt auch Chancen auf die oberen Tabellenplätze haben. Für Hertha, Schalke und den KSC ist es daher der wahrscheinlich wichtigste Aufstieg ihrer Geschichte. Der HSV scheitert durch ein schlechteres Torverhältnis daran, zumindest in die Relegation zu dürfen. Osnabrück wie in Wiesbaden und der 1. FC Kaiserslautern müssen in die dritte Liga und werden den Weg in die zweite Bundesliga daher vermutlich nicht so schnell wieder antreten können. In der dritten Liga warten nämlich die absoluten Top-Vereine. Bei vier Absteigern müssen mindestens zwei ehemalige Bundesligisten in der kommenden Saison sogar in die Regionalliga. Dieses harte Los trifft Mainz und Darmstadt. Die Eintracht aus Frankfurt rettet sich durch das bessere Torverhältnis. Den Aufstieg erreichen relativ ungefährdet Bayern, der BVB und RB Leipzig. Die drei sind damit auch direkt Favorit, darauf in die Bundesliga durchzumarschieren. Für die ehemaligen Bundesligisten gibt es noch einen Strohhalm, sich vielleicht doch für die Europa League zu qualifizieren. Dafür muss aber ein Sieg im DFB-Pokal her. Für den 1. FC Heidenheim endet dieser Traum bereits in Runde 1 beim SV Elversberg. Auch in der zweiten Pokalrunde sollte es einige ehemalige Bundesligisten treffen. Und dabei auch direkt zwei absolute Titelfavoriten. Borussia Dortmund und RB Leipzig verlieren ihre Zweitrundenspiele und haben damit nur noch die Chance über einen internationalen Titel in der kommenden Saison erneut international vertreten zu sein. Außerdem verlieren Hoffenheim, Darmstadt und Eintracht Frankfurt. Kommen wir damit bereits zum Achtelfinale, wo es erneut fünf Vereine getroffen hat. Stuttgart, Gladbach, Union Berlin, Bochum und Freiburg schaffen den Einzug ins Viertelfinale nicht. Im Viertelfinale kam es dann zu folgenden Partien. Der FC Augsburg empfängt den einzig verbleibenden Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Der 1. FC Köln empfängt den FC Bayern. Werder Bremen spielt gegen Bayer Leverkusen und Mainz 05 empfängt den VfL Wolfsburg. Einzige echte Überraschung im Viertelfinale ist der Bremer Sieg über Leverkusen. Augsburg und Bayern setzen sich erwartungsgemäß durch und Wolfsburg gewinnt im Elfmeterschießen gegen Mainz. Das Halbfinale ist dann geprägt von einem Nord- und einem Südgipfel. Bayern spielt in der Allianz Arena gegen den FC Augsburg und der VfL Wolfsburg empfängt Werder Bremen. Der Druck beim FC Bayern ist vor diesem Spiel extrem hoch. Einerseits sind es nur noch zwei Spiele, um zumindest Europa League zu spielen. Andererseits wäre alles andere als der Pokalsieg auch eine absolute Katastrophe für die finanzielle Situation der Münchner. Der Augsburger Coup im Halbfinale bleibt aus und die Bayern ziehen ins Pokalfinale ein, wo sie Leverkusen-Schreck Werder Bremen treffen werden. Die Bremer konnten sich mit 3 zu 2 in Wolfsburg durchsetzen. Im Finale haben es die Bayern dann eiskalt abgewickelt. Bereits nach 11 Minuten steht es 1 zu 0 und am Ende sollte der 13. Erfolg zu keiner Zeit gefährdet sein. Hier die Gesamtübersicht ab dem Achtelfinale. Damit steht fest, dass der FC Bayern mindestens Europa League spielt. Mit einem Erfolg in der Champions League könnte man sich allerdings sogar einen Platz in der Königsklasse sichern. Am Ende sollte das allerdings für keinen deutschen Vertreter klappen. Bayern verliert im Halbfinale gegen Manchester City, Dortmund ist bereits im Achtelfinale ausgeschieden und alle anderen haben es nicht mal in die K.O.-Phase geschafft. Auch die Europa League ist eine Möglichkeit, sich für die Champions League zu qualifizieren. Union Berlin ist im Achtelfinale deutlich am FC Liverpool gescheitert. Bei der Leverkusen schaffte es nicht, sich gegen Young Boys Bern durchzusetzen und somit ist Elbe Leipzig die einzige deutsche Hoffnung in diesem Wettbewerb. Nach dem deutlichen 7 zu 1 gegen AS Rom wartete im Viertelfinale Neapel. Italien liegt in Sachsen in diesem Jahr, so geht es mit 4 zu 3 ins Halbfinale. Gegen den FC Villarreal reicht es ebenfalls fürs Weiterkommen. Im Finale wartet jetzt mit dem FC Liverpool der wohl härteste Brocken. In einem knappen Endspiel reichte es am Ende knapp nicht für den ersten internationalen Titel der Leipziger. Das sollte allerdings nicht die einzige deutsche Finalteinnahme dieser Saison sein. Eintracht Frankfurt konnte sich bis ins Finale der Europa Conference League vorspielen. Die Eintracht gewann das Finale und holte den Titel damit erstmals nach Deutschland. Doppelter Grund zur Freude ist, dass die Frankfurter Darmt kommende Saison Europa League spielen dürfen. Damit ist die erste Saison des Experiments abgeschlossen. Schreib gerne jetzt mal in die Kommentare, was du glaubst. Welcher Drittligist wird sich in der Bundesliga etablieren können und wer holt die meisten deutschen Meisterschaften? Schalke, Hertha und Karlsruhe gehen als absolute Favoriten in die zweite Saison. Und so kommt es, wie es kommen musste. Der FC Schalke nutzt diese einmalige Gelegenheit und gewinnt die erste deutsche Meisterschaft in der Geschichte der Bundesliga. Hertha, Saarbrücken und Duisburg dürfen kommende Saison Champions League spielen. Der KSC und Aue ziehen in die Europa League ein und Viktoria Köln wird seine Chance in der Europa Conference League bekommen. Dresden, Ingolstadt und Münster steigen ab. Die drei haben in dieser Saison alle Champions League gespielt. Ein böses Omen im Sinne der Doppelbelastung für Saarbrücken und Duisburg. In der zweiten Bundesliga haben Bayern, der BVB und Leipzig leichtes Spiel und setzen sich komplett ungefährdet durch. Das Trio hat damit kommende Saison die Chance zurück in die Champions League zu kommen. Lübeck, Unterhaching und Bielefeld haben es sehr schwer gehabt. Lübeck kann sich nur durch eine unfassbar schlechte Saison des SV Elversberg in der Liga halten. Unterhaching und Bielefeld werden damit direkt aus Liga 1 in Liga 3 durchgereicht. Welche drei Vereine schaffen als nächstes den Sprung in Liga 2? Die Auflösungen sind Union Berlin, Borussia Mönchengladbach und der SC Freiburg. Heidenheim landet sogar hinter den Aufsteigern aus Wien-Wiesbaden und Dortmund 2. Leverkusen ist sehr weit davon entfernt, um den Aufstieg mitzuspielen. Der DFB-Pokal geht erneut an den FC Bayern, wodurch die Münchner tatsächlich beide Jahre überbrücken konnten und weiterhin international gespielt haben. Im Finale gegen Wolfsburg gab es erneut ein klares 3 zu 0. Kurios ist, dass im Viertelfinale mit Bayern, Dortmund und dem VfB Wolfsburg nur drei ehemalige Bundesligisten vertreten waren. Ist das etwa eine Vorahnung für den weiteren Verlauf des Experiments? Schauen wir als nächstes, wie sich die vier deutschen Vertreter in der Champions League geschlagen haben. Und was soll man sagen? Wie zu erwarten war, sind alle vier direkt in der neu geschaffenen Liga-Phase ausgeschieden. Regensburg holte den einzigen Sieg, Münster hat sogar jedes einzelne Spiel verloren. Für den hallischen FC lief es in der Europa League auch nicht viel besser. Mit drei beachtlichen Unentschieden war das Ausschüren am Ende trotzdem sehr deutlich. Vorjahres Europa Conference League Sieger Eintracht Frankfurt schaffte den Sprung in die Zwischenrunde, wo es am Ende nicht gegen RB Salzburg gereicht hat. Der FC Bayern sollte jedoch im Finale der Europa League die Frankfurter Niederlage rechnen und damit nicht nur den Titel gewinnen, sondern auch das Ticket für die Champions League lösen. Somit war es bis zum Aufstieg in die Bundesliga nur ein einziges Jahr ohne Champions League für den FC Bayern. Weniger erfolgreich lief es für Erzgebirge Aue in der Europa Conference League. Am Ende hieß es gegen Konjaspor 0 zu 1 und 1 zu 1, was nicht für die Qualifikation zur Liga-Phase gereicht hat. Und damit springen wir in Jahr 3 des Experiments. Die Frage der Saison ist natürlich, wer der drei ehemaligen Bundesligisten sich die Meisterschaft holen würde. Der FC Bayern hat diese Frage allerdings relativ deutlich beantwortet. Leipzig und Dortmund sind fast 20 Punkte dahinter. Karlsruhe schafft den Sprung in die Champions League und Titelverteidiger Schalke wird nur Fünfter. 1860 München schafft es vor Hertha BSC zu landen und spielt kommende Saison Europa Conference League. Dieses Jahr gibt es nur zwei Absteiger, weil sich Jan Regensburg in der Relegation durchgesetzt hat. Für Ulm und Viktoria Köln heißt es ab in die Liga 2. Relegationsgegner der Regensburger war Borussia Mönchengladbach, die damit ein zweites Jahr Zweitliga-Fußball gebucht haben. Freiburg und Union Berlin schaffen den Durchmarsch. Da es erneut drei Aufsteiger gibt, werden kommende Saison vier ehemalige Bundesligisten um maximal drei Aufstiegsplätze kämpfen. Nachdem Lübeck sich vergangene Saison noch tapfer gewährt hat, geht es jetzt sehr deutlich in Richtung Liga 3. Mit dabei sind Münster und Magdeburg. Ingolstadt und Dresden schaffen den Klassenerhalt sehr deutlich und scheinen sich in der zweiten Liga etablieren zu können. In der dritten Liga brechen bei Arminia Bielefeld derweil alle Dämme. Die Ostwestfalen werden direkt in die Regionalliga durchgereicht. Den Aufstieg schaffen Wolfsburg, Stuttgart und Frankfurt. Der 1. FC Köln wird erneut nur Vierter und scheitert denkbar knapp. In der Champions League ist es erneut ein deutsches Trauerspiel. Hertha, Saarbrücken und Duisburg scheiden in der Liga-Phase aus. Schalke schafft einen Achtungserfolg mit Platz 13 und zieht in die Zwischenrunde ein. Der FC Bayern zieht souverän ins Achtelfinale ein. Dort sind die Bayern allerdings auch alleine. Weil Schalke es gegen RB Salzburg nicht schafft zu gewinnen. Ein 2 zu 3 und ein 1 zu 1 bedeuten das Aus. Für Bayern geht es nach einem Jahr Pause direkt ins Halbfinale. Es lässt sich daher nach der dritten Saison bereits festhalten, dass dem FC Bayern diese zwei Jahre und der Gang in die dritte Liga nicht geschadet haben. In der Europa League schafft Karlsruhe einen Achtungserfolg und zieht in die Zwischenrunde ein. Außer mit Lehrgeld kann aber immerhin zwei Spiele gewinnen. In der Zwischenrunde reicht es für den KSC dann trotz 2 zu 0 Sieg im Hinspiel allerdings nicht. Das Rückspiel geht 0 zu 3 verloren. Viktoria Köln steigt nicht nur aus der Bundesliga ab. Sie schaffen es auch nicht, sich für die Liga-Phase der Europa-Conference League zu qualifizieren. Der FC Sevilla ist allerdings auch ein Gegner, bei dem man nicht unbedingt von Losglück sprechen kann. Zu guter Letzt blicken wir auf den DFB-Pokal, wo erstmals nicht der FC Bayern den Titel holt. Die Münchner stehen zwar im Finale, verlieren dort jedoch gegen den SC Freiburg. Erneut fällt auch hier auf, dass im Viertelfinale nur drei ehemalige Bundesligisten spielen. Saison 4 des Experiments steht damit vor der Tür. In der Bundesliga gibt es dieses Jahr ein Herzschlag-Finale zwischen dem FC Bayern und Borussia Dortmund. Am Ende entscheidet die Tordifferenz für die Bayern. Titel erfolgreich verteidigt. Leipzig zieht in die Champions League ein, Hertha und Schalke dürfen Europa League spielen und Karlsruhe in die Europa-Conference League einziehen. Freiburg und Union Berlin gehen damit leer aus. Der Blick auf die zweite Bundesliga zeigt uns, dass es für Gladbach dieses Jahr erneut in die Relegation ging, die dieses Mal jedoch erfolgreich abgeschlossen wurde. Frankfurt und Wolfsburg steigen direkt auf und haben die Bundesliga fest im Visier. Der 1. FC Köln, Heidenheim und Werder Bremen beenden ihre Zeit in der dritten Liga. Leverkusen, Hoffenheim, Augsburg und Bochum müssen weiter auf diesen Erfolg warten. Mainz und Darmstadt haben es dabei bisher nicht geschafft, in die dritte Liga aufzusteigen. Wie sehr Bayern wieder in alter Stärke ist, zeigt sich erneut in der Champions League. Im Finale war es am Ende knapp und hat leider nicht zum Titel gereicht. Eine absolute Sensation spielte sich parallel in der Europa-Conference League ab. 1860 München hat sich bis in das Finale gekämpft und verlor dort gegen den absoluten Favoriten aus Turin mit 0 zu 3. Im DFB-Pokal ist derweil alles wieder beim Alten. Erneut nur drei ehemalige Bundesligisten im Viertelfinale und Bayern gewinnt das Finale gegen den BVB. Auch wenn sich viele Teams inzwischen wieder hochgekämpft haben, hat die Bundesliga in der Fünfjahreswertung extrem gelitten. Nur noch Platz 6 hinter Portugal und Frankreich haben dafür gesorgt, dass nur noch drei Teams in der Champions League spielen dürfen. In Jahr 5 zeigt sich, dass die Bundesliga langsam wieder zu alter Formation zurückfindet. Überraschend holt Leipzig vor den BVB den Titel. Bayern wird nur Dritter. Freiburg zieht in die Europa League ein und Wolfsburg in die Europa Conference League. Der beste ehemalige Drittligist ist der MSV Duisburg auf Rang 11. Pferde und Essen steigen ab. Karlsruhe kann sich in der Relegation gegen den HSV retten. Stuttgart, Köln, Werder Bremen und Heidenheim machen den Aufstieg in der 2. Liga bestimmt unter sich aus, oder? Denkste. Überraschung in der 2. Bundesliga. Aue und Hannover steigen auf. Heidenheim steigt sogar direkt wieder ab. Es zeigt sich, dass sie vielen Jahre in der 3. Liga Spuren hinterlassen haben. In der 3. Liga selbst schaffen Hoffenheim, Augsburg und Leverkusen jetzt auch den Aufstieg. Somit verbleibt nur noch der VfL Bochum in der 3. Liga. Die DFB-Pokalsaison war wild. Duisburg und Ferl standen im Finale und der MSV Duisburg gewann mit 2 zu 0. International gehe ich im Folgenden nur noch auf absolute Highlights ein. So schaffte es Hertha tatsächlich in das Finale der Europa League einzuziehen. Dort verlor man jedoch mit 0 zu 2 gegen Tottenham. Parallel kämpfte sich der KSC ebenfalls ins Finale vor, was allerdings ebenfalls verloren ging. Trotzdem unterm Strich beachtliche Erfolge. Wir springen jetzt 5 Jahre in die Zukunft und schauen, was auf dem Weg dahin international passiert ist. In der Zwischenzeit konnte sich in der Saison 29-30 der FC Bayern die Champions League sichern. Im gleichen Jahr holte der MSV Duisburg überraschend die Europa Conference League nach Deutschland. Das ist mit Ausnahme der Regensburger Meisterschaft in der 1. Saison der erste Titel eines ehemaligen Drittligisten. Eine unfassbare Saison spielte Erzgebirge Aue 2030-31, wo man es bis ins Halbfinale der Europa League schaffte. Auf dem Weg wurden Inter und Atletico Madrid besiegt. Auch das Jahr 2031-32 sollte denkwürdig werden. In allen drei Wettbewerben standen deutsche Vertreter im Finale. Das Champions League Finale verlor der FC Bayern. Das Europa League Finale konnte der MSV Duisburg gewinnen. Und der SC Freiburg verlor das Finale der Europa Conference League. Und damit sind wir angekommen in der Saison 2032-33 und damit 10 Jahre nach dem großen Ligatausch. In der Bundesliga holt sich der FC Bayern erneut die Meisterschaft. Der BVB wird Vizemeister, so weit, so normal. Hertha und der HSV sind überraschend souverän zurück in der Bundesliga. Insgesamt konnten sich neun Vereine in die Bundesliga zurückkämpfen und etablieren. Wobei der VfB Stuttgart in dieser Saison abgestiegen ist. In der zweiten Liga finden sich viele der ehemaligen Bundesligisten wieder. Union steigt gemeinsam mit dem FC Stang Pauli auf. Bochum, Werder, Hoffenheim und Heidenheim verbleiben in Liga 2. Augsburg muss zurück in die dritte Liga. In Summe waren es also sechs Teams, die in Liga 2 ihr Dasein fristen mussten. Eine absolute Überraschung ist Bayer Leverkusen. Die Werkself konnte 2028 erstmals in die zweite Bundesliga aufsteigen, ist aber auch schnell wieder abgestiegen. Von einer Rückkehr in die Bundesliga sind die Leverkusener nach 10 Jahren damit weit entfernt. Darmstadt und Mainz haben es bis heute nicht geschafft in die dritte Liga zurückzukehren und stecken komplett im Amateurfußball fest. Auf unserem Weg in die 25. Saison schauen wir uns die internationalen Erfolge der deutschen Teams an. Und davon gab es einige. 2036 gewinnt die Hertha die Europa League. Im selben Jahr schafft der FC Schalke den Sieg in der Europa Conference League. Ein Jahr später gewann Eintracht Frankfurt die Europa Conference League. Der Titel bleibt also back to back in Deutschland. Auch 2038 ging er Titel nach Deutschland, diesmal allerdings der größtmögliche. Der FC Bayern holte die Champions League. 2039 war dann das vierte Jahr in Folge mit deutschen Titelträgern im internationalen Geschäft. Was für eine Ära. Erneut holt Eintracht Frankfurt die Europa Conference League. Das Jahr 2040 war dann ohne Titel, ehe es 2041 erneut die Europa Conference League war, die nach Deutschland ging. Diesmal durch den VfL Wolfsburg. Im Jahr darauf holte der FC Bayern erneut die Champions League, die Europa Conference League ging im selben Jahr an den 1. FC Köln. 2043 war es erneut der FC Schalke, der die Europa Conference League gewinnen kann. In acht Jahren ging der Titel damit sechsmal nach Deutschland. Absoluter Wahnsinn. 2047 kam es zum deutschen Finale in der Champions League. RB Leipzig verlor im Finale gegen den FC Bayern. Schauen wir nun aber zurück in die Liga und blicken auf die Abschlusstabellen der Saison 2047-48. RB Leipzig holt die Meisterschaft vor den Bayern. Hertha und Schalke spielen weiterhin oben mit. Ansonsten sind in den Top 8 sechs ehemalige Bundesligisten. Insgesamt spielen zehn aus der alten Riege wieder Bundesliga. In der zweiten Liga stehen Kiel und Kaiserslautern ganz oben. Fünf Teams finden sich inzwischen in der zweiten Bundesliga wieder. Die dritte Liga wird inzwischen zunehmend von den zweiten Mannschaften dominiert. Sandhausen und Essen steigen auf, obwohl sie nur Vierter und Sechster werden. Augsburg ist der einzige ehemalige Bundesligist in der dritten Liga. Wir springen jetzt weitere 25 Jahre nach vorne und werfen einen Blick darauf, wie die Bundesliga im Jahr 2072-73 aussieht. Davor schauen wir aber, welche internationalen Titel die Deutschen einfahren konnten. Schalke schafft es einen weiteren internationalen Titel zu holen, diesmal die Europa League im Jahr 2051. Ein Jahr später gab es erneut zwei deutsche Titel. Der FC Bayern holt die Champions League und der 1. FC Köln die Europa League. 2054 geht die Europa League dann erneut nach Deutschland, diesmal an Borussia Dortmund. Drei Jahre später, 2057, geht der Henkelpott erstmals nach Deutschland, ohne dabei nach München zu wandern. RB Leipzig gewinnt 3 zu 0 gegen Real Madrid. Im Jahr 2058 gewinnt Hertha die Europa Conference League. 2059 holt Hertha erneut einen Titel, diesmal sogar die Europa League. Die Europa Conference League geht im gleichen Jahr an den FC Schalke. 2061 holt der VfV Wolfsburg die Europa League. Hertha gewinnt 2062 erneut die Europa League und Schalke erneut die Europa Conference League. Gleiche Konstellation wie drei Jahre zuvor. 2064 schafft RB Leipzig zum zweiten Mal die Champions League zu gewinnen. Zeitgleich gewinnt der FC Bayern die Europa League. Aller guten Dinge sind bekanntlich drei und somit schafft RB Leipzig 2067 den dritten Sieg in der Champions League. Erneut holt im gleichen Jahr ein anderes Team auch einen Titel, diesmal der 1. FC Köln in der Europa Conference League. 2070 schaffen die Kölner das dann erneut, um 2071 dann sogar noch die Europa League zu gewinnen. In der abschließenden 50. Saison des Experiments gewinnt Borussia Dortmund den Meistertitel. In der zweiten Liga steigen Nürnberg und Magdeburg auf und die dritte Liga wird weiterhin von den zweiten Mannschaften dominiert. Oldenburg und Verl steigen auf. International ließen es die Deutschen dann noch ein letztes Mal krachen. Bayern gewinnt die Europa League und Hertha die Europa Conference League. Darmstadt hat es übrigens im Jahr 2051 zurück in die dritte Liga geschafft, um dann auch direkt 2052 in die zweite Bundesliga aufzusteigen. Von Mainz fehlte während des gesamten Experiments ab Saison 2 jede Spur. Die dritte große Enttäuschung ist sicher Bayer Leverkusen, die es nie zurück in die Bundesliga geschafft haben. Auch der FC Augsburg konnte sich vom Abstieg nie erholen und spielte keine Minute mehr Bundesliga. Zum Abschluss blende ich noch die Siegerlisten von Bundesliga, DFB-Pokal, Champions League, Europa League und Europa Conference League ein. Wer da tiefer reinschauen will, kann das Video gerne an den passenden Stellen stoppen. Bevor wir dieses Experiment dann beenden, noch eine Zusammenfassung aller deutschen Titelgewinner. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Bayern und Leipzig über die 50 Jahre sehr deutlich die Bundesliga dominiert haben. Beide Teams konnten nur maximal 48 Jahre Bundesliga spielen und haben dabei insgesamt 46 Titel gewonnen. Im DFB-Pokal war es etwas ausgeglichener. RB und die Bayern kommen hier gemeinsam nur auf 29 Titel. Somit konnten immerhin 21 Titel an andere Teams vergeben werden. Darunter auch der Hallesche FC und der MSV Duisburg. Köln, Hertha, Schalke und der MSV Duisburg sorgten international für Furore und holten gleich mehrere Titel. Damit hätte vor dem Experiment wohl niemand gerechnet. Borussia Dortmund schaffte nur einen Sieg in der Europa League und blieb titeltechnisch damit sehr blass. Wenn dir dieses Experiment gefallen hat, dann lass gerne ein Like und ein kostenfreies Abo da, um weitere Experimente nicht zu verpassen. Das war's für heute.